Hi Timo. Ja, hi. Ist der Chef da? Ja, der Chef ist hinten im Büro. Ja, nimmst du einfach alles mit. Ja, super. Ja, bis gleich. Tschö. Ja, Achmed, was ist denn? Was gibt's? Äh, ja Chef, ich bräuchte Werkzeug und ich wollte Sie fragen, ob Sie mir vielleicht etwas zusammenstellen könnten oder Werkzeug besorgen könnten. Ja, ja okay, ja, kein Problem. Ich stelle dir da mal was zusammen und dann schauen wir mal. Ja, dann schönen Feierabend, Chef. Ich mache mich dann auf den Weg. Ja. Hey Timo, ist der Chef da? Wir sind hinten im Büro. Mahlzeitchef, ich hoffe ich störe nicht. Hallo Achmed, was gibt's denn? Ich wollte Sie nochmal fragen wegen den Werkzeugen, ob ich da nochmal irgendwie was bekomme oder? Ja, wegen den Werkzeugen, ich kam noch nicht dazu, ich hatte keine Zeit, Achmed, aber ich kümmere mich darum. Hab noch ein bisschen Geduld, du kriegst bald deine Werkzeugkiste. Ja, für mich ist das wichtig, weil ich möchte mich gerne als Azubi beweisen können und deswegen, ja, vielen Dank, dann mache ich jetzt Feierabend. Bis morgen. Alles klar, schönen Feierabend, Achmed, ne? Hey Timo, hi. Ja, hi. Wie war die Baustelle? Ja, ich komme einfach nicht voran, ich habe kein Werkzeug. Ja, Chef ist hinten im Büro, versuch's da nochmal. Ich kann's verstehen, dass du nicht weiterkommst, aber im Grunde musst du ja da hinten entscheiden, ne? Okay, geht klar. Ich gehe mal kurz mit dem reden. Mach das. Yo Chef, hi. Hallo Achmed, und wie läuft die Baustelle? Yo Chef, ich hatte dich vor ein paar Wochen wegen der Werkzeugkiste gefragt. Ich wollte nochmal fragen, wie sieht's aus? Also, krieg ich da noch was? Ach ja, äh, Achmed, sorry. Äh, ich kam noch nicht dazu. Ich werde mich heute Abend damit auseinandersetzen, dir was zusammenstellen und ich denke so, nächste Woche hast du's dann. Schönen Feierabend. Ja Chef, geht klar. Dann schönen Feierabend. Ciao. Ah, hier Chef, da fällt mir ein. Äh, ich hab ein Set gesehen, das heißt, Dachdecker-Set. Auf Dach-For-Shop. Ich kann Ihnen mal den Link schicken, das geht richtig schnell, da sind all die Werkzeuge drin, die ich brauche. Die können sich mal kurz Zeit nehmen und fünf Minuten reinschauen. Soweit ich weiß, ist das auch ein ganz gutes Angebot. Alles klar Achmed, ich schau mal nach, ja? Okay, danke für deinen Tipp. Schick mir den Link noch und dann, ja, schönen Feierabend. Ja, danke. Einfach hinten hinlegen. Schick mir den Link. Jo Chef, ich sehe, du hast was bestellt. Ist das vielleicht für mich? Habe ich endlich die Ehre, auch eine Kiste zu bekommen? Mit Werkzeug? Genau, ist für dich. Glückwunsch. War ein super Tipp von dir. Auch super Angebot von Dach-Pro-Shop. Kannst direkt mitnehmen. Schönen Feierabend. Oh Chef, ey, super. Vielen Dank, ich freue mich mega. Ich nehme das dann so mit. Danke. Hi Timo. Ich sag's einen Namen. Der lacht. Wie heißt du denn? Ja, hi Udo. Ist der Chef da? Ist der Chef da? Was soll ich sagen? Ist der Chef da? Warte, ich muss jetzt lachen. Warte, ich brauche Werkzeug. Aber Chef, ich brauche Werkzeug, ja. Ohne Werkzeug nichts, arbeite nicht, ja. Äh, nein. Du kriegst ja nichts. Ne, kannst du abschmecken, komm. Schön Feierabend. Ich bin richtig angepasst, Alter. Hey Timo. Passt doch nicht. Drei, zwei. Der muss sagen, war nicht so gut, hab kein Werkzeug. Ja, ist das nicht so. Ist nicht produktiv. Ich komme nicht vor rein, musst du sagen. Okay, geht klar Chef. Okay, geht klar Chef. Da fällt mir ein. Ich kündige. Das heißt, ich dachte, ich kann schon, äh, Dach. Kannst du gerne direkt schon mitnehmen. Kannst du dir mal anschauen und, äh, ich hoffe, dass wir gemeinsam die Lehre schaffen mit dir. Weil du ist ein sehr anstrengender, dein... Okay? Okay. Drei, zwei. Jetzt hab ich nicht gefällt. Ja, ha, ha, ha. Okay, mit großen Augen bedankst du dich. Drei, zwei. Ah, Chef, ey, super. Vielen Dank, ich freue mich mega. Ich nimm das dann so mit. Danke.